Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Viel Spaß! Kinder, packt bitte eure Koffer. Wir fahren gleich los und Schatz, du hilfst bitte Holle und Lukas beim Koffer packen. Ja, Mami, das machen wir. Jupp, Schatz, ich helfe Holle und Lukas. Jupp, Schatz, ich helfe Holle und Lukas. Alles ist verstaut. Alle Kinder sind im Auto und meine Frau auch. Und jetzt bin ich auch im Auto. Los geht's! Wann sind wir da? In sechs Stunden und dreißig Minuten, ihr beiden. Ein paar Stunden später. Ich muss mal Pipi, Mami. Okay, hier ist eine Raststätte, meine Süße. Muss noch jemand? Nein. Komm Luna, wir sind gleich wieder da. Hier sind die Toiletten-Luna. Fertig! Hier sind wir wieder. Sechs Stunden später. Juhu, endlich sind wir da. Ich bin vielleicht der Schiff. Geht schon mal vor, ins Ferienhaus. Ich bringe die Zillinge und Bob. Das war eine anstrengende Fahrt. Ich freue mich auf mein Bett. Fortsetzung folgt. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Teil 1 von den Urlaub von Familie Schmuckkörbchen. Im nächsten Teil besuchen Sie Tante Rieke und unternehmen was Schönes. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.